Herzlich willkommen zu einem neuen Astro-Video. Heute beschäftigen wir uns mit dem Tod des Jugendlichen bei einer Verkehrskontrolle in Paris. Und zwar geschah das am 27. Juni. Am Vormittag in der Früh wurde bekannt gegeben, die genaue Uhrzeit habe ich nicht. Was wir uns heute anschauen wollen, ist, warum dieses Ereignis eine solche Wirkung nach sich zog. Das heißt, diese Proteste, die wir erzählen aus den Nachrichten, also dass diese Vororte von Paris brennen, dass es diese Unruhen, diese Proteste, diese Plünderungen gibt. Wir schauen uns einmal an, können wir das astrologisch herleiten aus dem Ereignis selber. Und das Spannende bei der Sache ist ja dann natürlich, es ist ein Ereignis passiert und das muss eine gewisse Wirkung haben. Und auf was muss das eine Wirkung haben? Auf das Allgemeine. Das heißt, das muss bestimmend für viele werden und nach außen gehen. Du kannst dir das so vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel eine Person stirbt, und man sagt, okay, die verunglückt irgendwo und ist dann vielleicht mal eine Randzeile in der Zeitung. Aber das hat keine Außenwirkung, also das ist für andere nicht bestimmend. Dann hat das keine Wirkung so nach außen hin. Und das Außen hin, das Bestimmende, ist ja natürlich so dieses zehnte Haus mit dem Steinbock-Prinzip, aber auch was dafür steht, wo es für alle bestimmend ist. Und wir schauen uns einfach mal an, wo wir das heute so sehen können, warum das so einen Eindruck gemacht hat. Und wenn wir uns mal das Horoskop anschauen, wie gesagt, ich habe jetzt mal in der Früh 8.30 Uhr als Uhrzeit genommen. Es kann sich maximal verändern, dieses zehnte Haus, das möchte ich auch gleich mal dazu sagen, falls es eben Astrologie-Interessierte gibt. Also es kann maximal sein, wenn man sich den Vormittag anschaut, dass es eben entweder ein Wider-MC ist, was eben mit diesem zehnten Haus zu tun hat, oder mit einem Stier-MC. Und auf beides passt eigentlich dieses Ereignis. Ich habe es jetzt eher so mit dem Wider gedeutet, aber es passt natürlich auch mit dem Stier. Also man könnte es auch mit dem Stier-MC deuten. Wir haben einen Löwe-Ascendenten. Das heißt, das Thema dieses Horoskops oder dieses Ereignisses ist auf jeden Fall mal etwas, wird ausgedrückt. Also da wird etwas ausgedrückt. Und was wird ausgedrückt? Wir sehen den Herrscher quasi des Ersten Hauses, die Sonne. Die steht da im Zwölften Haus. Also es wird eine Auflösung, eine Auslöschung, eine gewisse Heimkehr ins Zwölfte Haus. Also ins Jenseits, könnte man sagen, wird da ausgedrückt. Also da geht es um einen Tod, um die Auslöschung des Lebens. Ja, also so könnte man das mal sehen. Und wenn man sich das erste Haus noch anschaut, mit einer Venus-Mars-Konjunktion, also da sind ja Venus und Mars im Ersten Haus, das heißt, da geht es um viel so diese Lebensenergie. Es geht auch viel um das persönliche Fühlen. Also das ist wirklich so eine Auslöschung. Was da noch drauf kommt dazu, ist eben ein Mars-Quadrat hin zum Uranus rauf in den Stier. Und wir haben Uranus-Stier ja schon öfter gehört, auch hier auf dem Kanal, wenn du da abonniert hast, wenn du meine Videos siehst. Also Uranus ist ja gerade dieser Umbruch in den Werten, der Umbruch im Volk auch, in der Masse, der Umbruch des Geldsystems. Wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und dieser Umbruch, dieser Umstürzler, hat jetzt ein Quadrat zum Mars. Und das habe ich auch schon öfter erwähnt. Quadrat Mars, das ist das Plötzliche. Du hast Uranus, den Rebellen, und Mars, die Energie, das ist plötzlich, das gibt einen Knall. Im wahrsten Sinne des Wortes ist das der Knall, der Schuss, die Explosion. Und das ist der plötzliche Umschwung, das plötzliche Ereignis, etwas Unvorhergesehenes geschieht. Und das kann man ja durchaus bei dieser Konstellation so sagen. Also da ist plötzlich etwas geschehen, da ist plötzlich etwas aus dem Ruder gelaufen. Und das spiegelt sich eben auch so im Astrologischen wider. Wie gesagt, wir haben Sonne im 12. Haus. Es spielt sich auch etwas psychologisch so ein bisschen auf der Seelenebene im Unbewussten. Also da werden viele getriggert im Unbewussten. Es spricht viele Menschen auch an, auf einer Seelenebene könnte man sagen. Also da fühlen sich viele betroffen davon, berührt davon. Und man könnte ja da annehmen, wenn man sagt, okay gut, es ist ein Jugendlicher mit Migrationshintergrund, da passiert mit der Polizei was. Da wird jeder seine Erfahrungen schon haben. Und so triggert das einfach auch auf einer anderen Ebene. Das geht tiefer rein, als wir glauben. Also da können wir jetzt nicht mehr nur jetzt vom Sachverhalt reden. Ja, da ist jetzt etwas passiert, das war unglücklich. Warum regt sich da jemand so auf? Sondern das triggert wirklich so im Tiefsten, im 12. Haus drinnen. Und es will sich auch dann etwas ausdrücken natürlich. Weil wir haben Merkur-Sonne und im 11. Haus, also der Merkur steht so an der Schwelle so zwischen Emotion und Kommunikation und das eben im 11. Haus. Also da geht es auch noch einmal um die Gruppe. Eine Gruppe gleichgesinnt, da möchte er etwas ausdrücken und da wird etwas zum Ausdruck gebracht. Und ja, das könnte man ja dann auch so sehen bei diesem Horoskop, dass das dann mitwirkt. Wenn wir jetzt weiterschauen, ins 10. Haus eben rein, in die Finalität, was passiert denn da? Da passiert eine Durchsetzung des Individuums, also dieses Ich-Will mit dem Wider. Das ist so dieses Ich-Will. Und was will die Wider? Der Will einfach noch einmal das zum Ausdruck bringen. Da möchte man die eigene Kraft, die eigene, ja auch Wut, wenn die negativ behaftet ist, zum Ausdruck bringen. Und das mit Uranus auf sehr plötzliche, ursprüngliche, aggressive Art, auch auf unerwartete Art. Also da will etwas ausbrechen. Und natürlich ist dann mit dem Stier, mit dem Uranus im Stier und dann auch noch der Jupiter, da ist das Volk, da ist die Herde, da ist ein Pöbel, könnte man so sagen, eine Masse, eine gesichtslose Masse, ist da beteiligt. Und mit Jupiter könnte man natürlich auch sagen, von weiter her, das heißt Migrationshintergrund oder halt auch eine Masse, ein Mob, der für alle Bestimmungen trotzdem etwas zum Ausdruck bringt, etwas übergrenzend rüber geht, sich zu sehr ausweitet, zu sehr in diese Gewalt, wenn man möchte, so reingeht oder in diese Proteste reingeht. Also man sieht das. Und wir haben zusätzlich auch noch stehen, den Pluto und der Pluto hat da auch noch einmal zur Venus eine Verbindung, also das wäre auch noch einmal Venus, wenn man sagt Auslöschung von Leben, also Pluto-Venus könnte man da auch so sehen und wir haben den rückläufigen Pluto natürlich so an der Grenze, also zwischen Steinbock und Wassermann, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, im sechsten Haus und das heißt einfach auch, im Alltag ist da jetzt Transformation im Gange, da ändert sich etwas im Alltagsbewusstsein rein und das ist natürlich schon eine geballte Energie, würde ich sagen, für dieses Horoskop. Also das ist jetzt so dieses Horoskop, dieses Unfalls, aber es wird bestimmend für andere. Also man sieht mit diesem aufgeladenen zehnten Haus, sieht man einfach, okay, das ist schicksalhaft, das ist bestimmend für andere, für das Volk, für mehrere Leute. Das betrifft also nicht nur jetzt, wenn ich sage individuell Betroffene, das heißt, es betrifft jetzt nicht nur den Verstorbenen oder auch den Schützen, sondern es betrifft da mehrere und das sieht man hier im Astrologischen, das ist eine sehr aufgeladene Geschichte und hat da quasi jetzt ein Ventil entfacht und man kann nur schauen, wenn man sich das in die Zukunft rein anschaut, so dieses Horoskop, wie sich das dann weiterentwickelt. Denn jetzt ist so quasi der Geist aus der Flasche ausgebrochen, der ist jetzt rausgelassen worden und jetzt muss man mal schauen, wie soll man da wieder den Stoppel draufkriegen, den Deckel draufkriegen. Also das wird natürlich ein, das wird sehr viel Feingefühl brauchen und mal schauen, ob man diese Balance überhaupt wieder so herstellen kann, wie sie vorher war. Denn wenn man jetzt einmal so ein Feindbild aufbaut, auch nach so einem Ereignis natürlich, dass ich sage, es geht darum, was ich will und wenn mir jemand im Wege steht und mir erklären will, dass mein Wollen, meine Meinung widerspricht dann den Regeln, den Normen von einem anderen, dann kann das natürlich immer weiter zu Konflikten führen und zu einem ewigen Kreislauf, einer ewigen Gewalt. Was man allerdings sieht in diesem Horoskop, und das ist auch was, es bricht zwar plötzlich aus, aber meines Erachtens nach brodelt das ja länger. Das kann ja jetzt nicht so einfach so da sein und sich so entladen, also plötzlich sich manifestieren, sondern das brodelt schon länger, weil eben viele im Seelischen, im Kollektiven betroffen sind. Und man kann sich da schon mal einen Gedanken drüber machen und da geht es jetzt nicht um eine Migrationsdebatte, ja oder nein, sondern man muss sich einmal vorstellen, wenn genug Menschen gewisse Seelenbilder tragen, gewisse Wut tragen, gewisse Missverständnisse mit sich tragen, dann wird sich das irgendwann mal manifestieren. Irgendwann ist so eine kritische Masse erreicht und dann manifestiert sich so ein Bild wieder und wird das wieder Wirklichkeit. Und das ist eben dann so oft die Gefahr. Und auf der individuellen Ebene heißt das einfach nur für dich, kläre, was du in dir trägst, welche Bilder trägst du in dir, wie kannst du möglichst in dir frei sein von der äußeren Welt, wie kannst du möglichst in deiner Mitte bleiben, in dieser äußeren Welt, wenn alles so chaotisch, so exzentrisch wird. Also, ja, Paris, Frankreich hat Riesenunruhen, steht in Flammen. Das ist natürlich etwas, was sich wahrscheinlich auch dann auf die EU auswirken wird, auf den europäischen Raum auswirken wird, wo wir auch sehen werden, okay, das ist so ein manifestes Ereignis, so eine Explosion einfach, dass man sagt, das wird über die Grenzen auch drüber gehen. Das wäre auch nochmal so eine Interpretation von diesem Jupiter, also dass man sagt, okay, das geht da über Grenzen raus, das wird uns alle, oder das wird zumindest Europa, auf irgendeine Art und Weise betreffen und die, ja, auch die Lebensenergie, die Art, wie wir leben, wie wir denken, auch irgendwo so mit beeinflussen. Ja, das wäre so meine astrologische Analyse zu diesem Ereignis, zu diesem, ja, zu diesem tragischen Ereignis und natürlich auch zu den Wirkungen, den Nachwehen dieses Ereignisses, die wir ja jetzt noch erleben. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich freue mich auf deinen Input. Schreib mir gerne in die Kommentare. Teile das Video. Abonniere meinen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast und lass mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn es dich interessiert, mal persönlich ins Horoskop reinzuschauen oder gewisse astrologische Themen zu besprechen, dann mach dir gerne einen persönlichen Termin bei mir aus. Das geht natürlich auch über Zoom beziehungsweise auch über Internet-Telefonie. Und vielleicht sehen wir uns ja sonst mal persönlich im wunderschönen Lenz. Einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, wenn du das Video jetzt noch siehst. Dein Oliver Jarni aus dem wunderschönen Lenz. Tschüss, bis nächstes Mal.